So, wir sind jetzt hier in der Umgabe, 3 zu 2 gewonnen, überragender Sieg. Wir haben heute wieder zwei Riesenmatches gesehen und Philipp Petschner, wo ist er? Hier zur Rechten. Überragendes Einzelgespiel, 3 zu 2 gewonnen. Wir freuen uns riesig. Ihr seht da an der Tür, das ist unser Zettel, da steht alles drauf. Das müsst ihr euch anschauen. Mit den Schritten haben wir es geschafft. Dazu kommt Petschers Pyramide, nicht vergessen. Dazu kommt das schwarze Buch. Im schwarzen Buch steht alles drin, was man wissen muss, wieso ein Sieg in Kroatien gespielt werden kann. Und der Ulf ist der Mann für den Hattel, den wir immer machen. Komm, wir machen noch einen Hattel, Jungs. Auf Petschle, nicht mit dem Ulf. Auf Petschle. Hippe, hurra. Hippe, hurra. Hippe, hurra. Hippe, hurra. Wir sind das beste Team. Team. Verarscht, oder? Verarscht, verarscht. Auf Petschle, auf Petschle.